Hallo zusammen, liebe Leute von unten aus, jetzt müsst ihr herhören, wir vom Jodler Club Beatenberg organisieren am Freitagabend am 9. August zum 50-jährigen Jubiläum unserer Bodenkilbe einen speziellen Anlass. Das führen wir durch auf der Bodenalp, das ist zwischen dem Beatenberg und dem Niederhorn. Euch erwartet eine Jodlernacht mit Gesang, Musik und Tanz. Wollt ihr nicht so schnell werden, vergessen. Anmelden Sie sich auf www.jodlerclub-beatenberg.ch. Also, wir sehen uns am 9. August auf der Bodenalp. Untertitelung des ZDF für funk, 2017